Regenschirme sind von gestern. Heute trägt ihr die neueste Kollektion von Nike. In den letzten paar Tagen habe ich einen Selbstversuch gestartet, weil es hieß, dass die Nike Windrunner jedes Wetter aushalten und jede Party. Somit bin ich heute bei 28 Grad im Schatten joggen gegangen und vor drei Tagen, wo es mega geregnet hat, das gleiche. Und das Fazit ist wirklich überraschend, weil der Regen kam nicht durch und heute, wo es so warm war, muss ich zugeben, ich habe geschwitzt, aber nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, dass die Jacke an der Haut klebt und eklig ist und überhaupt nicht atmungsaktiv. Genau das Gegenteil. Ich bin über die Felder gerannt, der Wind kam durch und ich bin begeistert von der Jacke. Die Jacke ist mega leicht, allzwecktauglich ohne Ende, also gerade jetzt für die Festivals ein Must-Have und ja, sie sieht einfach mal stylisch aus. Da muss man sich mal bedenken, dass Nike schon seit Jahrzehnten, kann man fast schon sagen, den Schnitt nicht verändert hat. Okay, die Farbkombinationen sind neu. Welches es alles da gibt von den verschiedenen Farbkombinationen, also nicht nur dieses Grün und Blau, sondern auch mit Rot und Schwarz und Anacid und Grau, also übelst geile Designs dabei. Die ganzen Bilder findet ihr unterhalb vom Video und wen es natürlich jetzt mega brennend interessiert, wie ich die Jacke wirklich 30% günstiger bekommen habe, weil das ist ja schon relativ schwierig bei Nike, der hat die Möglichkeit, auch sich die Videobeschreibung anzuschauen oder unterhalb vom Video sich den Artikel anzuschauen. Und wer es jetzt wirklich einfach nicht erwarten kann, der kann jetzt direkt auf die Jacke klicken und kommt wahrscheinlich, ich denke mal zu Nike oder zu einem anderen Shop, wo ich zurzeit den besten Preis gefunden habe. Aber wie ihr wirklich ein mega Schnäppchen macht und solche gute Qualität bekommt, erfahrt ihr natürlich im Artikel. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß, entweder beim Jog mit der Jacke oder auf der nächsten Party, weil sie sieht verdammt geil aus und hält was aus. In diesem Sinne, viel Spaß damit.